Ja meine Freunde, herzlich willkommen zurück zum Start in die neue Saison. Es geht also wieder los und ja, wir sind Vierter geworden. Wir sind in der Champions League zumindest über die Gruppenphase hinausgekommen. Pokal relativ früh rausgeflogen und ich habe mir für diese Saison eigentlich vorgenommen, dass wir jetzt wirklich angreifen wollen. Wir haben viel Geld, wir haben einen riesigen Kader, den wir noch weiter verkleinern wollen und es soll mehr Qualität in dieser Mannschaft. Das ist mein Ziel, weil der neue FM wird in guten zwei, zweieinhalb, drei Monaten erscheinen und wir werden nicht mehr so viel Zeit haben, um wirklich was zu bewegen und ich möchte mit dem ASV noch Titel gewinnen. Bis auf natürlich den DFB-Pokal haben wir nicht wirklich was erreicht und das wollen wir ändern. Wir wollen die Bayern angreifen in dem Jahr und deswegen müssen auf jeden Fall auch Investitionen her. Ich habe jetzt ein bisschen übersprungen, wir sind jetzt am Anfang Juli, das heißt, das Transferfenster ist offen, das heißt, die Verträge sind ausgelaufen, die Leihspieler sind zurück und es tut sich einiges. Der Transfermarkt kommt schon langsam in Fahrt, es gibt immer wieder Gerüchte, es sind jetzt angeblich die Bayern an Arp dran, das heißt, wenn da wirklich ein Angebot kommt, dann werden wir ihn wahrscheinlich nicht halten können, weil er ja selbst als langfristiges Ziel hat, zu den Bayern zu wechseln. Und es gab auch Interesse an Fabio, laut den Medien zumindest, deswegen habe ich seinen Vertrag gleich verlängert, ihm mehr Gehalt gegeben und Stammspielerposten zugesagt und er hat für vier Jahre verlängert, ohne jegliche Ausstiegsklausel. Also das ist ein sehr, sehr guter Deal für unseren Verein. Ich habe ein paar Mitarbeiter verlängert, also bis auf einen Scout brauchen wir jetzt eigentlich nichts mehr. Dann überlege ich gerade, was das glaube ich, ne, die Vorbereitung habe ich auch noch geplant, nur Freundschaftsspiele ausmachen, den Rest mache ich natürlich mit euch gemeinsam, ist eh klar, aber einfach die unwichtigen oder die zeitfressenden Dinge haben wir jetzt mal übersprungen und steigen jetzt gemeinsam ein. Also, das wird unsere Saisonvorbereitung sein, Bochum hat uns dieses Spiel geschickt, das steht ja anscheinend im Kooperationsvertrag drin, da hatten wir keine andere Wahl, Chelsea wurden wir eingeladen und ich habe dann auch ausgemacht, MSV Hamburg, Anderlecht und Randers. Ja, finde ich ganz interessant, wir starten dann mit Stuttgart und Köln, also zwei Partien, die wir idealerweise gewinnen wollen, gleich zu Beginn der Saison und dann haben wir die erste Pokalrunde gegen Sonnenhof Großaspach, da müssen wir natürlich auch liefern. Ja, dann wird die Saison relativ früh zu Ende gehen, wir sehen hier den 2. November und dann geht es eben international los, das ist ja in dem Jahr das Komische, weil die WM im Katar im Winter ist, da müssen wir halt jetzt einmal durch. Aber gut, wir sehen schon, jetzt wird es relativ unübersichtlich. Ich habe mir gedacht, wir werden in der 2. Mannschaft alle Spieler sammeln, mit denen wir nicht planen, weil die 2. Mannschaft ist eh mehr oder weniger nur dazu da, um diese Spieler irgendwie anzuzeigen, die wir loswerden wollen, sonst haben wir da keinen Sinn wirklich dahinter. Das heißt, wir werden mal kurz die Spieler durchgehen, die jetzt in der 2. Mannschaft gerade sind und dann überlegen, ob wir die jetzt brauchen oder nicht. In denen eigentlich ganz interessant. Es sind ein paar verschoben worden in die erste Mannschaft, weil sie zu alt sind für die U19. Der ist einmal auf der Leihliste. Ich finde, dass der ein ganz gutes Talent ist, also den können wir durchaus behalten. Ich habe ja schon gesagt, ich möchte wirklich nur Talente verleihen, wo ich persönlich glaube, dass das Sinn macht. Wir werden uns jetzt definitiv mal von Manuel Winsheimer trennen. Das hat einfach nicht funktioniert, leider, was ich sehr schade finde. Gonzalo Oliveira war verliehen an Alcorocon. Alcorocon, 22 Einsätze, 6 Treffer, ist jetzt keine überragende Quote. Er ist schon 21 Jahre alt, würde ich sagen, geben wir auch ab. Dann Agumé, ist auch oft nicht benötigt. Probieren wir nochmal anzubieten. Dann haben wir Dirk Propper, der sich eigentlich nicht schlecht macht, der ganz gute Fähigkeiten hat für seine 20 Jahre. Da ist halt echt die Frage, den schiebe ich vielleicht einfach gleich mal in die erste Mannschaft, wie wir den halt ranbringen, weil der ist auf der 10. Und wir haben keine 10er in unserer Formation, deswegen ist das halt die Frage. So, Kenji Kanyo, 15 Tore hat er für Viktoria Köln gemacht. Er ist halt 21 Jahre alt. Wird nie für die Bundesliga reichen, glaube ich mal. Deswegen werden wir auch den auf die Transferliste setzen. Dann haben wir Zoran Ibricks. Dann mal, denke ich, auch knicken. Das sind halt diese ganzen Kaderleichen, die ich irgendwie angehäuft habe. Der wechselt am 1.7.2022. Eigentlich sollte der jetzt schon wechseln. Fraser sollte auch schon. Okay. Muss ich vielleicht noch ein bisschen vorspringen, weil es ist erst 8 Uhr in der Früh, da sind die noch nicht weg. Die räumen gerade noch den Spind. Danilo Taylor, der Amerikaner, kommt aus unserer eigenen Jugend. Finde ich aber jetzt ehrlich gesagt sehr uninteressant. Können wir ablösefrei gehen lassen, denke ich mal. Der hat zu viele Schwachstellen. Baisa wechselt. Papatopoulos wechselt nach wie vor noch nicht. Den müssen wir echt loswerden. Ich habe den eh ablösefrei auf der Liste. Das Problem ist halt, dass der so ein Gehaltsfresser ist und der hat noch einen Jahrvertrag. 3,6 Millionen. Verdient der bei uns? Verdienen nicht, der bekommt's. Das ist ein wichtiger Unterschied, habe ich schon gelernt. So, Antonio Ventura, super Zielstrebigkeit. Physisch und mental ist er sehr gut. Technisch hat er noch Nachholbedarf. Aber das ist ein Talent, das ich noch nicht aufgeben würde. Da denke ich eher an eine Laie. Dann haben wir Ivan Ickic. Kann man, denke ich, streichen. Alexander Lukic. Kann man auch streichen. So. Und dann schauen wir jetzt in die erste Mannschaft, wen wir von dort nicht mehr brauchen. Also der Kader ist riesig. Man sieht's da. Ich bin eigentlich mit Polderspeck als Nummer 2 ganz zufrieden. Ischi als gutes Talent. Da ist halt die Frage, ich glaube, dass der den nächsten Schritt machen sollte. Deswegen werden wir den jetzt auch auf die Leihliste tun. Damit der dann wirklich mal verliehen wird und Stammspieler ist. Daniel Antusch ist retour. Der war bei MSV Duisburg 26 Spiele im Einsatz in der 2. Liga. Erfüllt die Anforderungen nicht. Aber er kostet uns jetzt nicht so viel als Nummer 3. Finde ich, kann man den schon behalten. So, vielleicht schauen wir das da an. Das ist ein bisschen übersichtlicher. Dann haben wir die Torhüter mal. Nach Position geordnet ist das da, dass das passt. Gut, Paul Johnston. Der muss jetzt Stammspieler werden. Das heißt, auch den werden wir verleihen. Qualiol. Ja, habe ich ein bisschen bereut, dass ich den zu früh zurückgeholt habe. Auch der muss Stammspieler sein. Der soll ein Jahr lang Gas geben. Dann kann man für nächstes Jahr vielleicht planen, falls Fabio wechseln sollte oder so. Wer weiß. Da sind immer wieder Leute dran. Oder Vereine halt dran. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Und wenn da ein Topklub aus England oder Spanien vielleicht klopft. Dann werden wir den wahrscheinlich nicht halten können. Ah, die Sojic ist jetzt gekommen. Den habe ich eigentlich, weil sein Vertrag ausgelaufen ist, verpflichtet. Beziehungsweise weil der so günstig war. Nicht Vertrag ausgelaufen. 675.000. Ich fand den eigentlich als Kaderergänzung jetzt nicht so schlecht. Also da müssen wir überlegen, ob der vielleicht Walker-Peters ersetzen kann oder nicht. Werden wir gleich mal vergleichen. Walker-Peters. Ich glaube nämlich auch nicht, dass der so wirklich glücklich ist mit der Rolle, die er bei uns hat. Also wir sehen, in der Luft ist er stärker. Geschwindigkeit ist Walker-Peters besser. Technisch und offensiv auch. Mental ist er, ja. Es ist Walker-Peters grundsätzlich schon besser. Da sind Vereine interessiert. Southampton. Da werden wir vielleicht noch ein bisschen abwarten. Er hat jetzt nichts dagegen, Hocic zu verleihen. Mir hat es halt ganz gut gefallen, dass der so ein großer Allrounder ist. Deswegen haben wir den dann so günstig verpflichtet. Ob wir den jetzt nehmen oder nicht, werden wir dann sehen. Rejcevic. 19-jähriger Serbe. Super talentiert. Der muss den nächsten Schritt jetzt machen. Den tun wir auf die Leihliste. Lukas Silva. Scout McDominay ist wieder da. Ist auf der Transferliste. Und da sind Vereine interessiert. Also verschieben ihn in den Zweiten, damit es ein bisschen übersichtlicher wird. Und schauen einfach aus, wie sich es entwickelt. Schiri Weller. Da war gerade wer dran. Der hat noch immer zwei Jahre Vertrag bei uns. Der wird natürlich auch in die zweite Mannschaft kommen. Geben keine bestimmte Summe an. So, Lukas Silva und McKennie passt auf jeden Fall mal. Carlos. Lejadas. War bei Willem Zwei für 26 Spiele im Einsatz. Brauchbarer Spieler, der sich noch verbessern kann. Auf der Wunschliste von 12 Klubs. Da wäre ich nicht abgeneigt, den nochmal zu verleihen. Deutschland wäre mir jetzt allerdings lieber. Dass er sich ans Land ein bisschen besser gewöhnt. Dann haben wir Eduardo Duarte. Nächstes großes Talent. Er hat immerhin zehnmal für Sturm gespielt. Der muss auch noch ein Jahr wirklich spielen. Dass er bei uns interessant wird. Auch den werden wir verleihen. So. Dann haben wir Kennedy, Pereira, Barbas. Dann haben wir Dennis Aibner. sehr, sehr, sehr gutes Talent, das ich eigentlich nicht verleihen möchte. Ich möchte, dass der bei uns spielt. Müssen wir uns noch überlegen. Philippe Soares. Er ist noch immer zwei Wochen verletzt. Müssen wir uns auch noch überlegen. Mir geht es jetzt hauptsächlich mal darum, dass wir die bewerten, die zurückgekommen sind von den Laien. Da haben wir Enzo Milot. Er sich nie so wirklich stark entwickelt hat, wie er hofft. Ich verschiebe den mal in die zweite. Ich will ihn trotzdem nur verleihen. Ich habe den noch nicht ganz aufgegeben. Eggestein ist ein einflussreicher Spieler. Und den wollten wir eigentlich ja. Das ist ja das Problem. Ich wollte ihn zwar loswerden. Aber. Dann hat er sich massiv aufgeregt bei mir. Und deswegen würde ich sagen. Gehen wir einfach mal eine Ablöseforderung von 5 Millionen an. Vielleicht gibt es da Interessenten. Perati wechselt zu Real Betis. Das heißt, den können wir da ignorieren. Duzan Filipovic ist zurück. 24 Mal für Köln gespielt. Nur ein Treffer. Ist halt wieder ein Linksfuß auf dem Flügel. Davon haben wir schon so viele. Aber gefallen würde er mir sehr, sehr gut. Sind elf Vereine dran. Alle per lei. Unter anderem auch Topklubs wie Inter Milan und Lazio. Das Den werden wir vielleicht jetzt wirklich eher bei uns behalten. Weil er beide Positionen, die wir da haben, am Flügel nicht spielen kann. Also von da eingespielt hat er noch. Aber schon ein starker Mann. Setzten wir mal keinen Status und dann überlegen wir, wie wir weiter tun. Ruben Valente. Hat sogar schon einmal für uns debütiert. Der muss auch den nächsten Schritt machen. Dem werden wir versuchen zu verleihen. Adi Yemi ist zurück. 29 Einsätze, 6 Treffer. Das heißt, er hat seine starke Leistung aus dem Vorjahr nicht bestätigen können. Ist halt die Frage, ob wir den wirklich bei uns auf die Bank setzen wollen. Weil ehrlich gesagt möchte ich schon, dass der spielt. Und bei uns wird er das nicht wirklich befürchtet. Also werden wir den mal wieder versuchen zu verleihen. Dirk Propper habe ich nach oben geschoben, weil er einfach zu stark ist zum Aussortieren. Ist auf der Leihliste, da können wir mal abwarten, ob Angebote kommen. Moreno, Martial, Selke, Winsheimer haben wir eigentlich auch schon in der zweiten. Okay. Ignorier das mal. Selke, Vereine interessiert. Bremen, Laie. Bremen. Hätten ihn gern zurück. Ist ein sonstiger Spieler, also ist ein nicht wirklich wichtiger Spieler. Müssen wir uns überlegen. Können wir jetzt auch mal so lassen, wie es ist im Moment. Schauen wir mal in die U19. Wie schaut es da aus? Paul Johnston, Selke. Okay, das sind natürlich alle die darin, die hier verfügbar gemacht haben für die U19. Da haben wir mal einen Bruno Braga. Der ein sehr gutes Talent ist. Der hat für Freiburg schon 21,7 gespielt. Also 21 Einsätze, sieben Treffer. Den werden wir nochmal verleihen. Yoshida ist schon 20 Jahre alt. Der wird es glaube ich nicht mehr packen. Braucht man nicht unbedingt. So, dann haben wir Alexander Janjevic. Haben wir den schon auf der Leihliste zumindest. Der ist mental und technisch irrsinnig stark. Hätte ich aber auch nichts dagegen, den komplett abzugeben. Ich glaube, dass der den nächsten Schritt machen wird. So, Andrei Florescu, super Talent. Der wäre ein Rechtsfuß. Der wäre ein Rechtsfuß, wo ich echt sagen muss, den könnten wir wirklich bei uns in der ersten Mannschaft aufnehmen. Und Einsatzzeit geben. Ich würde sagen, auf den werden wir setzen. Ab in die erste Mannschaft mit ihm. So, dann haben wir hier einen 18-jährigen Verteidiger. Portugiese. Würde ich jetzt schätzen. Ja. Da würde ich sagen, da passt es noch, wenn der in U19 spielt. Da müssen wir schauen, wie es vor allem auch mit den älteren Spielern ist. Der ist 19. Rajcevic. Den haben wir eh schon auf der Liste. Ravkogank. Leihliste. Ach, naja, so viel Potenzial hat der eigentlich gar nicht, sehe ich da gerade. Könnte man sogar ganz abgeben. Müssen wir auf unsere Scouts ein bisschen vertrauen. So, Ivan Vukovic. Ups. Ich kann eigentlich anklicken. Guter Mann. Fortunas Zitat hat er 40 Mal gespielt. Ist schon relativ weit, aber er hat sich irgendwie trotzdem nicht so richtig weiterentwickelt. Der muss liefern. Ivan Korkovic ist zu alt. Mittlerweile. Für den Level, den er da hat. Adil Tawi. Über den habe ich mich sehr, sehr gefreut. Hat uns auch 2 Millionen Euro gekostet. Jetzt ist er mittlerweile nicht benötigt. Weil er sich leider nicht so entwickelt hat, wie wir erhofft hatten. Bieten zu Leihe und zum Transfer an. Eins von beiden wäre schön, wenn es klappt. So, dann nochmal den 14-jährigen Megatalent. Das passt aber eh alles, wenn die in der 19 sind. Da haben wir noch einen Lukas Lima, genau. Das ist auch auf der Transferliste. Das ist viel, aber ich denke jetzt halt 190. Das war nicht ganz so tragisch. Also ist schon schön, aber jetzt da mal den Kader auszusortieren. So, und jetzt ist halt die Frage. Weil jetzt müssen wir den Kader auch wirklich planen. Das heißt, wie schon gesagt, Ischi verleihen. Dann hätten wir wieder den Polarspec und den Antusch als Nummer 3. Das ist schon ganz in Ordnung. In der Innenverteidigung ist Van Drongel in so und so gesetzt. Aber, was machen wir auf der zweiten Position? Kehrer. Macht seine Sache ordentlich. Ist als Rotationsspieler geplant. Ist jung, hat noch immer ein bisschen Potenzial. Dahinter hat man noch Kartitsch, der eigentlich Stammspieler sein möchte. Ist ein sehr einflussreicher Spieler bei uns. Da müssen wir halt aufpassen. In der Verteidigung bin ich relativ zufrieden, muss ich schon sagen. Wagenermann rechts hinten ist sensationell. Vor allem, weil der auch erst 21 ist. Genauso wie Fabio links hinten. Also die haben halt alle noch super viel Potenzial. Und durch dieses junge Alter ist es auf jeden Fall mal ein kleines Versprechen für die Zukunft. Ja, dann haben wir im zentralen Mittelfeld auf der Sechse einen Lukas Silva. Der seine Sache, finde ich, auch sehr gut macht. Trotzdem aus letzter Saison keine einzige Vorlage. Das Jahr davor immerhin noch zwei Vorlagen und ein Tor. Ist nicht optimal. Dann möchte ich in der Saison von Beginn an wirklich auf Barbas setzen. Da ist halt die Frage, wie gut kriegt er diese Rolle hin. Gegen die offensiven starken Gegner müssen wir halt eher so spielen. Sonst kann er von mir aus gerne wieder die Box-to-Box-Rolle ausüben, weil die kann er sehr gut. Also das passt eigentlich. Wie ist es mit Pereira? Müssen wir mal schauen, wie der im letzten Jahr so geliefert hat. Drei Einsätze, neun Assists, finde ich jetzt, äh, drei Tore, neun Assists, finde ich jetzt nicht so schlecht. Könnte noch ein bisschen mehr sein, aber das ist voll okay. Hat im Jahr davor fünf Tore und vier Vorlagen geliefert. Das heißt, man sieht schon, da wurde er ein bisschen weiter zurückgezogen in dem Jahr. Weniger Tore, mehr Vorlagen. Aber das passt für die Rolle. Was ich mir fast wünschen würde auf der Position, wäre jemand, der ein bisschen mehr wie Barbas ist. Das ist jemand, der auch defensive Fähigkeit mitbringt, dass man wirklich drei Allrounder im Mittelfeld hat. Also Pereira wäre schon so ein Kandidat, wo ich mich vielleicht umschauen würde. Damit wir da einfach noch mehr Klasse haben im Mittelfeld. Ja, Martial hat super gestartet. Zwei Negativpunkte. Ist super gestartet, hat dann aber ein bisschen nachgelassen bei uns. Drei Tore erzielt, keine einzige Vorlage. Aber der wird jetzt einfach ein bisschen Zeit brauchen. Jetzt kann er bei uns einmal die komplette Vorbereitung spielen. Das ist schon mal nicht so schlecht. Dann haben wir rechts den Ödegard. Den kannst du aus der Zehn spielen lassen. Den kannst du links theoretisch spielen lassen. Den kannst du rechts spielen lassen. Finde ich schon ganz in Ordnung. Flanken kann er halt nicht. Da sind Vereine interessiert. Gladbach, Villarreal und Augsburg. Okay. Gut. Das heißt beim Flügel muss man generell sagen, Kennedy, ein sehr einflussreicher Spieler. Könnte auch beide Flügel beackern. Der kann wenigstens flanken. Dann haben wir noch den Moreno, der ein wichtiger Spieler, ein Führungsspieler ist. Was sind welche interessiert? Hauptsächlich Laie. Ich überlege gerade, ob wir das vielleicht einfach mal machen, weil dann kriegen wir ihn nämlich von der Wichtigkeit innerhalb unserer Mannschaft ein bisschen runter. Und dann verkaufen wir ihn noch nicht gleich. Vielleicht sind die dann nicht ganz so wütend auf uns. Dann haben wir noch Cipriano. Aber der hat nicht viel gespielt durch seine Verletzungen, leider. 23 Jahre alt, Rotationsspieler. Ich glaube auch der ist ein Kandidat für einen Abgang. Die Frage, ob da wer interessiert ist. Aber ich werde es probieren, weil ich möchte echt ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um für den Flügel eine Unterstützung zu kriegen. Der kann martial Rechtsflügelspieler spielen. Der kann halt echt nicht flanken. Nicht so einfach. Vor allem ein Julian Brandt, den wir uns überlegt haben. Der ist ja auch entweder ein nach innen ziehender Spieler auf links, also die Rolle, die martial hat. Genauso eine Rolle wollten wir auf der Seite eigentlich auch. Jetzt brauchen wir halt eher auf rechts nach wen. Was sagt denn die Transferliste? Wir gehen jetzt mal, also wir sehen, das Gehaltsbudget ist ordentlich im Minus. Wobei, das wird sich noch ziemlich ändern, weil wir eben viele Spieler abgeben. Allein wenn da jetzt theoretisch mal Papadopoulos weg wäre, haben wir schon herin. Vertragsstatus abgelaufen. Dann müssen wir noch schauen. Genau, wir können auf die Empfehlungen gehen. Dann haben wir da schon mal einige dabei. Wanbi Saka zum Beispiel. Dem ist anscheinend interessant. Den gehen haben wir lassen. Musa Silla, den haben wir uns vor kurzem mal angesehen. Stürmer und ein ganz gutes Talent. Samy Abraham, Muric, den wir abgegeben haben. Philippe Chabbi, Calisson, dann haben wir Angel Di Maria, der wird seine Karriere allerdings beenden, in Kürze. Da sind viele, die ihm nicht so empfohlen werden. So, gehen wir mal auf die Weltreputation, was mich gerade interessiert. Sehr gut. Die sind alle ablösefrei. Heftig, oder? Özil, Aguero, Rakitic. Sergio Aguero. Was wird denn der verlangen? Ach, gar nicht viel eigentlich. Das ist wirklich nicht viel. 800.000 für einen Sergio Aguero. Das ist echt cool. Den als dritten Stürmer. Dann haben wir mit Arp, mit Aguero und mit, wo haben wir den neuen? Ist der noch nicht da. Noch nicht da, der aus Aserbaidschan. Da hätten wir eigentlich eine ganz coole Offensive, oder? Aguero als erfahrener Mann. Dann hast du ein junges Talent, der in Portugal super genetzt hat. Das muss ich fast machen, oder? Geht einmal vom Gehalt herunter und das müssen wir ausschließen. Ausstiegsklausel für Mitarbeiterrolle. Also er kriegt ein Jahr Vertrag und wenn er 15 Spiele macht, dann ein zweiter, kriegt er eine Vertragsverlängerung. Sergio Aguero ist ja lustig. Vorakitic, der hat, ja der ist körperlich. In der zentralen Mittelfeldrolle will ich niemanden haben, der körperlich dann so schwach ist, leider. So jemand auf rechts wird auch was. Der ist auch gar nicht so schlecht körperlich. Aber okay, 32. Kennen wir auf Reputation gut. Okay, dann warten wir nach Alter. Sehen wir Tammy Abraham und der Rest ist dann schon sehr, sehr alt. Einen Peresic haben wir da zum Beispiel dabei. Marcelo, Fabregas, Kuschelny, Jovetic ist dabei. Ist schon lustig, oder? Tammy Abraham. Okay. Ist halt auch kein schlechter. Fast Doost haben wir da. Dann gehen wir auf recht gut. Schauen wir wieder aufs Alter. Charlie Musonda, ja auch Chelsea. Bredlo. Andraspora, den habe ich jetzt bei FIFA verpflichtet, der war bei Rapid mal im Gespräch. Nichts guter Mann eigentlich. Timo Pucchi, der die Premier League an die Wand schießen wird, in dem Jahr. So wie es aussieht. Na, schauen wir mal. Schon ganz nette Spieler dabei. So. Da wurde jetzt übrigens anscheinend schon die Summe für Aguero dazugerechnet. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen voran. Jetzt müssen wir mal schauen, welche Angebote wir reinkriegen für unsere Spieler. Hoffentlich ist das gut. Ich hoffe, dass da gute dabei sind. Und auf DadaSoft bin ich auch sehr gespannt. Aber dann müssen wir halt wirklich schauen, dass wir Eggestein und Selke wirklich abgeben können. Wir haben viele Angebote. Manuel Winzheimer. Das ist mal sehr schlecht. Die anderen beiden können wir annehmen. 2,5. Bisschen unter Markt, wird aber gar nicht so schlimm. Da soll man Gehaltsbeitrag dazu zahlen. Möchte ich ehrlich gesagt nicht. Das Angebot ist finanziell zu schlecht. Die anderen nehmen wir an. Ja, 1860 nehme ich auch an, weil ich sie mag. So. Das ist viel zu schlecht. Das ist schlecht. Die restlichen Angebote können wir annehmen. Alle unbeantworteten Angebote annehmen. Kanjo. Ja. Nehmen wir einfach alle an. Die Bricks. Wert von 165.000. 2.600 bieten die nur. Ja. Ist glaube ich egal. So, Taylor. Gehaltsbeitrag möchte ich keinen zahlen. Den Rest nehmen wir an. Papadopoulos. Jetzt wird spannend. Ungefähr habe ich es mir schon erwartet mit dem Gehaltsbeitrag. 600.000. Palermo. 900.000. Freiburg. Ja, wir müssen das annehmen. Zumindest das hier. Die restlichen lehne ich ab. Und biete ihn noch einmal an. Aber eben Gehaltsbeitrag auf maximal. Gehen wir mal auf 130. Und biete ihn nochmal an. Schauen wir mal. So, Ventura. Die Laie. Da haben wir überall Rotation drin. Ja, ist nicht überragend. Aber ist eher halt auch nicht. Den könnten wir eigentlich gleich ganz abgeben, oder? Ich nehme trotzdem mal alle an. Ilkic. Klingt gut. Da ist sogar Wolfsburg und Frankfurt interessiert. Lukic. Da sind Vereine aus der Heimat dran. Stammspieler in der zweiten Liga. Klingt gut. Ajax-Rotation ist mir zu wenig. Stammspieler 1860 wäre sehr cool. Stammspieler Duisburg wäre auch cool. Passt. Quadriolen. Stammspieler bei Schalke. Okay. In der zweiten Rotation, aber Schalke will ihn als Stammspieler. Nehme ich natürlich an. Dann haben wir Rajcevic. Dann haben wir Stammspielerangebot. Nehme da auch einfach die Stammspielerangebote an. Dann passt das auch. Okay. Scott McDominay. Da haben wir 8,25 von Olympiacos. Die restlichen sind nicht so wirklich gut. Also Prämien werde ich einfach generell ablehnen. Die anderen nehmen wir an. So, Chirivella. 4,2 ist er wert. Hier haben wir 4,1 ist gut. 3,3 ist gut. Die restlichen, auch mit Gehaltsbeiträgen, mit den Hohen, die lehne ich ab. So, Stammspieler bei der Union ist gut. Dann nehmen wir die Rotationsangebote wieder raus. Eduardo Duarte. Da haben wir ein Stammspielerangebot. Granada. Elche. Okay, das ist alles zweite spanische Liga, aber... Ist jetzt nicht uninteressant, wenn er dort Stammspieler wäre, denke ich mir mal. Jetzt frage ich mal die Rotationsangebote. Jetzt haben wir noch immer 73 unbeantwortete Angebote. So. Stammspieler, zweite Bundesliga klingt gut. Stammspieler, Ligue 1 klingt auch sehr gut. Vielleicht ist es in der Heimat wieder gut für ihn. Gröningen, wieder mal. Nicht deutsche Liga, aber okay. Da haben wir Bochum. Und da war er doch gerade erst, oder? So, Valente. Da haben wir nur Rotation drin. Auf dem erwarte ich mir jetzt auch nicht so viel. Nehmen wir an. Adeyemi. Anklicken wollte ich ihn eigentlich nicht. Stammspieler, zweite Bundesliga. Wertvoller Spieler der ersten Mannschaft sogar bei Paderborn. Rotation Darmstadt. Rotation Kiel. Können wir mal streichen. Das nehmen wir an. Bielefeld. Können wir annehmen. Rotation bei Ost-Tribien ist zu wenig. Stammspieler. Stammspieler. Das passt auch gut. Prager. Wäre schon schön, wenn der Stammspieler kriegt. Darmstadt. Rio Arbe wird auch gut passen, finde ich. Rolstein Kiel sogar Stammspieler in der Bundesliga. Das wäre natürlich super. Sporting Prager Stammspieler. Das wäre mir fast am liebsten. Oberwista wäre auch interessant. Bremen sicher nicht. Okay. Da ist es wieder einfach. Alle annehmen. Vukovic. Stammspieler WRC. Kapfenberg ist auch in der Bundesliga. Dann Korkovic. 30% des nächsten Verkaufs. Ist jetzt, glaube ich, bei ihm nicht so super interessant. Der wäre unruhig, wenn er nicht mit Venlo sprechen darf. Ich nehme einfach alle an. Sao Taui. Jetzt wird es interessant. Zweite Bundesliga. Stammspieler. Klingt gut. Dann haben wir Moreno. Überall nur Rotation. Aber damit werden wir Leben, denke ich mal. Also Eintracht ist ein bevorzugtes Ziel. Glatzbach hätte gerne Gipriano für 10,5. Auf der Transferliste. Ich habe ihn ohne bestimmten Wert auf die Transferliste gesetzt. 10,5. Ich versuche auf 15 zu gehen. Oder machen wir 12. Und weiter Verkauf. Schauen wir mal. Ist akzeptabel. Also wenn der sich gut entwickelt, kriegen wir dann noch ein bisschen was mit. So, proper. Sollte ich jetzt nicht. Proper wollte ich anklicken. Ich glaube trotzdem, dass der noch ein Jahr Laie braucht. Aber wir haben keine Position für ihn. Keine Angebote für fünf Spieler. Lima, Yoshida, Bakic, Genk und Johnston. Johnston wundert mich ehrlich gesagt. Super Talent. Da müssen wir einfach dranbleiben und notfalls zu einem Kooperationspartner leihen. Seku Kräuter ist auch die Leihliste von Salzburg. Die wollen Chirivella ausleihen. Da wäre ja vom Gehalt her mal weg. Und 4,1 ist die Kaufoption. Ich nehme es einfach an. Auch wenn es jetzt Prämen ist. Die wollen Ibrigs ausleihen. Da haben wir schon andere Angebote, die besser sind. Okay, 20% Weiterverkaufsklausel hat nicht geklappt. Bei ihm hier. Bei ihm auch nicht. Ablöse frei gewechselt. Der Alpetiz hat Ferrati verpflichtet. Und hier haben Gabriel. Wir haben zwei neue Spieler bekommen. Neue Spieler willkommen heißen. Moreno soll Dardasoft begrüßen. Solange er noch da ist. Und Arp soll Figuerda begrüßen. Starkes Talent, ha? Ich werde die Frage mittrainieren lassen und in der U19 spielen. Wäre vielleicht für die Eingewöhnung nicht so schlecht. Er hat noch zu wenig Profi-Erfahrung. Die Embracer verpflichtet. Okay, also ihr seht schon, es geht voran. Ein bisschen werden wir noch machen in dem Part, glaube ich. Winzheimer möchte sprechen, warum er mit dem Wechsel zu Darmstadt verwehrt wird. Was sagen wir da? Ich glaube nicht, dass sie bei Darmstadt genug Einsatzzeit bekommen werden. Also werde ich ihnen zudem jedes Angebot, das sie... Jedes Angebot? Sag das jetzt mal. Ja, wenn er ein weiteres Angebot abgibt, dann werde ich das akzeptieren müssen. Drei Millionen. Gut. So, nur 130.000. Die nehmen wir an. Proper. Rotation Sevilla. Habe es irgendein Stammspiel allerdings noch? Ne. Nehmen wir die guten Angebote. Sonny Tien finde ich interessant. Nürnberg nein. Ich denke mir, vielleicht hilft es dem wirklich, wenn er bei einem Top-Klub mittrainiert. Dirk Proper. Können wir Feyenoord auch annehmen. Heimat. Ist vielleicht auch für junge Spieler nicht so schlecht und da spielt er wahrscheinlich öfter als bei Sevilla. Aber zum Mittrainieren wäre Sevilla schon sehr interessant. So, Vereine in Deutschland entlassen einige ihrer Spieler. Vom Alter her, Jeremy Tollian wurde entlassen. Könnte beide Flügel beackern. Ist jetzt kein schlechter Mann. Aber ich finde ihn jetzt nicht gut genug, ehrlich gesagt. Tela Rabi ist schon 32. Schwierig. Exkruise. Ich glaube, da ist kein interessanter dabei. Ich bin gespannt, welche Angebote reinkommen, die wir nicht unbedingt haben wollen. Also Stichwort ab zum Beispiel oder ein Vantrongeling könnte ich mir vorstellen, wenn da noch eins reinkommt. Wir werden jetzt auch mal auf die Transferliste schauen. Schauen wir mal, wer da wen abgeben möchte. Vielleicht will jemand wechseln, der interessant sein könnte für uns. Mittelfeld eventuell. Wie gesagt, eventuell statt Pereira jemanden. Obwohl ich Andreas Pereira sehr schätze und mag. Wenn wir wirklich angreifen wollen und die Mannschaft verstärken wollen, dann müssen wir uns solche bitte halt überlegen. Scouting Meeting. Davos Garpa. Superman ist zum Beispiel auf der Transferliste. Aber es ist ein klassischer Zehner. Da müssten wir halt neue Rekordablöse für Dadasov. Ist jetzt schon 15 wert. Also da hat sich der Wechsel schon ausgezahlt. Derzeitige Fähigkeit wird sehr stark eingeschätzt. Ich glaube, das war ein ganz guter Mann. Auch wenn es ein kompletter Spontankauf war, muss ich zugeben. So. Ganz fair Status. Gehtien wir mal nach Wert. Dann sehen wir Pavon ist drauf. Riyad Mahrez ist drauf. Gündogan ist halt schon 31, aber ist drauf. So was stelle ich mir halt eigentlich für die Position vor. Nur dass Gündogan halt auch vom Gehalt her viel zu teuer ist. Und mit 31 jetzt ja nicht mehr unbedingt in unser Schema passt. Also ich hätte gerne so ein Mit-20-Jähriger. Aubameyang Koretzka. Klassischer Box-to-Box-Mann. Wer fragt da gerade an? Leverkusen. Ja. Könnte auch bei uns. Nicht uninteressant sein. Das ist vielleicht nicht das, was wir suchen. So, ich schau mal. Ich hätte gerne jemanden eben fürs Rechts im Mittelfeld. Christian Pavon. Ist Rechtsfuß. Ist rechter Flügelspieler. 67 unglaubliche Millionen. Wie viele hätten sie wirklich gern? 60. Das ist ehrlich gesagt für die Fähigkeiten finde ich zu viel. Also ist schon ein guter Mann, aber wenn man sich das so anschaut. Ist das vielleicht zu wenig Mariano? Der war letztes Jahr schon auf der Transferliste. 25 jetzt. Also dem wollen die jetzt schon wirklich dringend loswerden. Könnten wir uns anschauen. Eventuell das A-Passatz. Weil nur wenn du jetzt für Real Madrid zu schwach bist, heißt das halt nicht, dass du nicht gut bist. Rafa Soares. Boah, das wäre so ein geiler Linksverteidiger. Der wäre halt schon um einiges stärker als Fabio. Der ist nur Rotationsspieler bei Monaco. 24 Millionen. Ich gehe jetzt mit Fabio vergleich. Alter. Genau das wäre halt so eine Geschichte, wo man wirklich sagen muss, der würde unseren Verein weiterbringen. Der ist ein Monster. Tackling ist er besser, Deckung ist Fabio besser. Wafflein Flanken 16. Der könnte für so viel Gefahr sorgen. Ich frage mal an, mich würde es interessieren, was der nämlich dann gehaltsmäßig verlangen würde. Das ist wirklich so einer, der uns auf jeden Fall weiterhelfen würde von der Entwicklung her. Auch wenn das bedeuten würde, dass Fabio ein bisschen weniger spielt. oder eventuell verliehen wird. Muss man es diskutieren. Also wie gesagt, wir wollen in dem Jahr angreifen. Wir wollen in dem Jahr versuchen, die Bayern zu gefährden. Und dafür muss auf jeden Fall Verstärkung her. Valotelli zum Beispiel. Lukas Ocampos. Auch kein schlechter. So, ich nehme jetzt den Transferstatus raus. Und wir werden da jetzt mal verschieben. Und da zumindest mal wieder ein Plus sind. So, gehen wir auf Position. Offensives Mittelfeld rechts. Nicht Torwart. So. Das ist jetzt nach Marktwert geordnet. Riyad Mahrez wäre schon interessant. Aber er ist halt 31. Alain-Saën-Maxime. Rechtsfuß. Flügelspieler. Will halt eigentlich niemanden aus der Premier League verpflichten. Aber uninteressant wäre er auch nicht. Rolle. Pass mal rein. Schon Flügelspieler. Wenn ich es finde. Da ist es so. Sterling. Ist unzufrieden. Chelsea ist an ihm dran. Ja. Rhys Nelson. Ist leider nicht unzufrieden. Jordan Aip. Rafa von Benfica. Jetzt zu Nali. Das ist dann schon zu schwach, glaube ich. Da unten in dem Bereich. Ego Roland. Iñaki Williams. Ich finde den so großartig. Ehrlichkeit 19. Ausstiegsklausel 80 Millionen. Gut Leute. Ich überziehe schon wieder komplett. Also. Ja. Ich bin schon gespannt. Wie sich die ganze Geschichte entwickelt. Weil jetzt haben wir wirklich viel Geld. Und es kommt noch einiges rein. Durch unsere Abgänge. Ja. Ich freue mich extrem schon auf diese neue Saison. Ich hoffe ja auch. Und wir werden genau da jetzt dann weitermachen. Und schauen, wie wir unseren Kader sinnvoll verstärken können. Also eure Vorschläge bitte gerne in die Kommentare. Was die Positionen angeht. Wo ihr meint, dass wir den Kader verstärken können. So, dass wir dann vielleicht im nächsten Jahr wirklich die Bayern gefährden können. Mal schauen, ob es klappt. Vielen Dank für's Einschalten. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020